Liebe Freunde von Hong Kong City Tours, heute sind wir hier im Hong Kong Museum of Art und wir besuchen eine Ausstellung über den Handel im 18, 19 Jahrhundert zwischen China und der westlichen Welt, also USA, England und Frankreich und ich wünsche wie immer viel Spaß! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. 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 Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen. Gebt mir ein Like-Button, describe meinen Channel oder sendt mir einen Kommentar. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Hongkong City Tours. Bye-bye, bye bye, Bye-bye, 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 Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.